Ich habe schon einmal darüber gesprochen, dass der Buddha ein Grund, zwei Pfade, in unserem Fall, weil wir nicht erkennen, wer wir sind, deshalb wird es diese Geschichte der Täuschung. Auf Tibetisch heißt es Trulva, das hat verschiedene Übersetzungen. Einige nennen es Täuschung, andere Verwirrung. Wir sind im Zustand der Verwirrung. Wo beginnt diese Verwirrung oder diese Täuschung? Wenn die Erkennende oder Wissensqualität des Geistes nicht seine wahre Natur erkennt, das ist, wo es beginnt. Wenn wir nicht unsere wahre Natur erkennen, da beginnt die Täuschung. Die Ursache für Verwirrung und Täuschung ist nicht der Grund, als das erkennen, was es ist, und stattdessen es als etwas anderes wahrnehmen. Und wenn wir es für etwas anderes halten, als was es ist, nennen wir das Täuschung. Hier gibt es das Beispiel der Schlange und des Seils. In der Dämmerung erscheint dieses farbige Seil als Schlange. Das ist das berühmte buddhistische Beispiel der Täuschung. Wir halten es für eine Schlange. Was zeigt das? Als erstes sehen wir nicht das farbige Seil als das, was es wirklich ist. Wir erkennen nicht die Essenz dessen, was es ist. Stattdessen halten wir es für etwas, was seit Anbeginn gar nicht da war, nämlich die Schlange. Das Unglaubliche ist, manchmal erkennen wir, das Unglaubliche ist, wegen Ignoranz nehmen wir so viel falsch wahr. Es gibt so viele Missverständnisse. So viele Missverständnisse. Manchmal ereignen sich diese Dinge sogar auf großer internationaler Ebene. Viele von uns sind nicht ihrer eigenen Natur gewahr. Wie unser Gesicht, es ist immer bei uns, aber wir können es nicht sehen. In der Lehre steht, es gibt vier Gründe, weshalb wir unsere letztendliche Natur nicht erkennen. Erstens, weil es uns zu nah ist. Deshalb erkennen wir es nicht. Zweitens, es ist zu tief, um es zu erfassen. Zweitens, es ist zu leicht, als dass wir es glauben könnten. Und viertens, es ist zu wunderbar, als dass wir es verstehen könnten. Viel Gründe. Da wir nicht erkennen oder es nicht wahrnehmen, gibt es uns auch keinen Nutzen. Und obwohl wir Buddha-Natur haben, bringt es uns keinen Nutzen. Stattdessen, da wir nicht sind, wissen, wer wir wirklich sind. Und stattdessen immer anhaften und uns mit unseren gewöhnlichen Gedanken und Emotionen und Geschichten identifizieren, die ja nur die Manifestation unseres Geistes und nicht die Essenz unserer Natur des Geistes sind. Deshalb werden wir so veränderlich und unbeständig, wie sie sind. Und indem wir all diese Gedanken, Emotionen und Geschichten so ernst nehmen, verdecken wir unsere wahre Natur. Wir blicken immer nach außen, abgewendet von uns selbst und verlieren uns in unseren Geschichten. Die Geschichten, wo wir uns für etwas halten. Ein großer Meister sagte immer, dass Samsara, das ist der Zustand der Verwirrung, dieser Teufelskreis, der Verwirrung des Leidens, die verwirrte, getäuschte Welt, in der wir leben, das nennen wir Samsara. Nirvana ist der Zustand der Befreiung. Er sagte, Samsara ist der Geist nach außen gewandt, verloren in seinen Projektionen. Das ist Samsara. Nirvana ist der Geist, der seine wahre Natur erkennt. Das ist Nirvana. Die gute Nachricht ist, ich gebe Ihnen heute nur die guten Botschaften, die gute Nachricht ist etwas Unglaubliches. Nämlich, es gibt tatsächlich keine Verwirrung. Wie ich gesagt habe, obwohl die Wolken existieren und unsere Natur verdecken, wenn wir ein Flugzeug nehmen und über die Wolken hinübergehen, beginnen wir zu erkennen, dass die Wolken nicht der Himmel sind. Die Wolken hängen einfach da drunter. Von unten betrachtet erscheinen die Wolken, als ob sie oben am Himmel sind, aber von oben betrachtet hängen die Wolken nur unten. Die armen Wolken gehören niemandem und hängen einfach lächerlich in der Mitte. Der große Meister, Degur Kjens Rinpoche, sagte immer, die Wolken hängen vom Himmel auf unabhängige Art und Weise ab. Wenn wir dahin gelangen, ist der Himmel wirklich unsere Natur. Zustand des Grundes, in der letztendlichen Natur gibt es keine Verwirrung, keine Täuschung. Aber auf der relativen Ebene, obwohl es Täuschung oder Verwirrung gibt, was ja das Wort Täuschung an sich bedeutet, ist es, dass es etwas ist, was nicht wirklich wahr ist, dass wir getäuscht sind, dass etwas nicht wahr ist. Denn wenn die Täuschung wahr wäre, wäre es unmöglich, es zu verändern. Aber das Wort an sich bedeutet, genauso wie wenn wir das farbige Seil für eine Schlange halten, gibt es keine Schlange in diesem Seil. Wir haben es nur dafür gehalten. Wir haben es nicht erkannt als das, was es wirklich ist, genauso wie wir nicht unsere wahre Natur als erstes erkennt haben. Stattdessen haben wir es für etwas anderes gehalten, nämlich für die Schlange, das Ego. Die Schlange ist das Ego. Schlangenartiges Ego. So, even though, you see, even though, how do you say, even though that, even on the, that, you see, as I said, das Wort Täuschung an sich lässt an sich nicht etwas Wahres, Wirkliches anklingen. Gute Nachricht ist, dass obwohl es Täuschung gibt, es ist Mögliches zu reinigen. Es ist Mögliches zu reinigen. Und wenn wir negatives Karma erschaffen, Täuschung, negative Emotionen, kann man reinigen. Das ist eine wirklich wichtige Sache. Es ist, wenn es etwas wäre, was wahr und wirklich ist, dann... Und das ist die gute Botschaft. Weil wir nicht wissen, wer wir wirklich sind, werden wir letztendlich zu dem, was wir denken, was wir sind. Alles, was wir haben, ist ein beschränktes, buchstückartiges Bild unseres Selbst, das wir immer jonglieren, um wirklich herauszufinden, wer wir sind. Wir werden nicht nur zersplittert in diesem Prozess, sondern es bringt auch eine unglaubliche Frustration. Es ist der grundlegende Ursache für all unser Leid und unsere Frustration. Alles, was wir tun, ist, diesem Bild von uns selbst zu gefallen. Das ist unser einziger Bezugspunkt. Aber dieses Bild ist so unzuverlässlich, weil es sich ständig verändert. Letztendlich fühlen wir uns dann hohl, ohne Selbstvertrauen. Wir kämpfen nicht nur damit, unser Selbstbild zu befriedigen, was ich wirklich sagen will. Wenn die Menschen nicht wirklich ihre eigene wahre Natur erkennen, und stattdessen einem Image folgen, einer Idee, einer Maske, eine Maske. Nicht nur versuchen wir, unser Bild von uns selbst zu befriedigen, sondern auch das, was andere Leute von uns denken, wer wir sind. Kein Wunder, dass wir uns manchmal heuchlerisch fühlen, obwohl wir eigentlich aufrichtig sind. Dieses Selbstbild macht alles sehr vielschichtig, kompliziert, obwohl unser wahres Selbst so einfach sein kann. Das Selbstbild ist letztendlich das Ego, die falsche Sicht von uns selbst, die uns um ein gesundes, ganzheitliches Bild von uns selbst bringt. Das ist nicht mal emotionell befriedigend. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir unser Leben in Unwohlsein verbringen. Und was macht uns so unwohl fühlend? Es ist, dass wir Erwartung haben und Furcht. Erwartung und Furcht. Das heißt auch manchmal Hoffnung und Furcht. Hoffnung nicht als große Hoffnung, sondern die Ego-Hoffnung, Erwartung und Furcht. In dem buddhistischen Leben heißt es, dass das wirklich die Fallen sind. Sie heißen auch die acht samsamischen Dharmas, die acht Normen des Samsara. Was sind sie? Hoffnung auf Glück, Erwartung, glücklich zu sein, Angst vor Leiden. Hoffnung auf Berühmtheit und Angst vor Unbedeutsamkeit. Hoffnung auf Lob, Angst vor Taten. Hoffnung auf Gewinn und Angst vor Verlust. Das hält uns schwach in den Knien. Wenn wir Hoffnung und Erwartung zu unserem Bezugspunkt machen, dann versuchen wir, unser ganzes Leben da herum zu modellieren und dem Genüge zu tun, dann leiden wir. Wenn wir versuchen, unser Leben auf Hoffnung und Furcht und Ambitionen aufzubauen, dann bekommen wir nicht nur nicht das, was wir brauchen, sondern unser Leben wird noch viel komplizierter. Und das geht nach hinten los und schlägt uns ins Gesicht. All unsere Bemühungen, die wir ständig anstellen, macht alles nur noch schlimmer. Und wir verlieren unsere Originalität, unsere Reinheit, unsere Unschuld und alles wird noch ein großes Durcheinander. Es klingt wie dick und doof. Was für ein Durcheinander hast du mich gebracht. Es ist gut, sich solche komischen Filme anzuschauen. Ich erinnere mich vor einigen Jahren, in Holland hatten wir ein gutes Zentrum. Aber der Vorstand, der da gearbeitet hat, da gab es persönliche Streitigkeiten, wie die Sachen zu handhaben, sein. Das haben sie alles so ernst genommen. Als ich mir ihre Probleme angehört habe, steckte da eigentlich nichts drin. Es war lächerlich und sie haben sich so daran festgehalten. Es gab so viel Reibung innerhalb der Gruppe, was eigentlich nicht existent war. Und ich habe versucht, Ihnen einen Rat zu geben, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe Ihnen geraten, beim nächsten Treffen sollten Sie sich dick und doof Filme anschauen und mindestens zwei Stunden anschauen. Das haben Sie gemacht und der ganze Vorstand hat es getan und Sie haben sich selber darin wiederentdeckt und haben so gelacht und haben gesehen, was Sie eigentlich tun. Manchmal sehen wir nicht, was wir tun und nehmen alles so ernst. Und als Sie gesehen haben, wie lächerlich alles war, was Sie taten, dann gab es keinen Konflikt mehr, keine Ursache mehr für die Verwirrung. Obwohl wir eigentlich echt und aufrichtig sind, weil wir uns aber so unwohl mit uns selbst fühlen, stellen wir uns so ungeschickt dar und erscheinen unaufrichtig. Wir erscheinen so, weil wir diesen Manager, diesen Schauspiellehrer, diesen schlechten Schauspiellehrer haben, den wir Hoffnung und Furcht nennen, der uns dazu bringt, irgendein Bild von uns darzustellen, was wir nicht wirklich sind. Die Ironie dabei ist, dass wir uns eigentlich so viel besser darstellen können, wenn wir wirklich wir selbst sind. Es ist, als ob wir eine Maske unserer selbst tragen, aber unser eigentliches Gesicht ist viel besser. Selbst wenn wir dies erkennen, ist es doch so schwer für uns, unser wahres Selbst im täglichen Leben zu leben, weil wir unser falsches Selbst, diese Maske tragen, schon so lange gelebt haben, dass es uns vollständig beherrscht. Diese Gewohnheit ist so stark geworden, dass es fast zu uns geworden ist. Momentan ist unser reines Selbst verdeckt vom falschen Selbstbild und der reine wissende Geist ist vom Ego missbraucht worden, um zu greifen. Es geht also im spirituellen Pfad darum, den Geist zu befreien vom Greifen und zurück zum reinen Wissen zu kehren. Merken Sie nicht manchmal, dass wir in bestimmten Situationen befinden und so viel Hoffnung und Furcht haben und wir wirklich uns in ein Durcheinander bringen und sagen, Scheiß, das bin ich doch nicht. Ich bin doch viel besser als das. Wie können wir uns jetzt also von diesem greifenden Geist befreien und die Täuschung überwinden? Was ist das Mittel dazu? Was ist der Weg? Was ist die Methode, um diese Täuschung zu überwinden? Die Methode, die von den Lehren gegeben wird, heißt Sicht, Meditation, Handlung. Sicht, Meditation, Handlung. Um die Täuschung zu befreien, brauchen wir die Weisheit der Sicht. Ein Auszug aus dem tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben, den absoluten Zustand, den Urgrund unseres Seins direkt zu sehen, ist die Sicht. Der Weg, diese Sicht zu stabilisieren und sie zu einer ununterbrochenen Erfahrung zu machen, ist die Meditation. Und diese Sicht, in unsere gesamte Realität zu integrieren, ist die Handlung. Der Sicht ist, wenn wir einen Einblick in unsere wahre Natur haben. Die Meditation ist das, wenn wir in dieser Erkenntnis verweilen, wenn wir das weiter und weiter leben, unser wahres Selbst. Das ist Meditation. Und wenn wir das in unser Leben integrieren, ist das die Handlung. In der Sicht haben wir also einen Einblick in unseren Grund. Wir haben doch davor über den Grund gesprochen. Die Sicht ist ein Funken Einsicht, in unseren Grund zu haben. Und dieser Einblick, die Sicht ist, wenn wir eine wahre Einsicht in unseren Grund haben. Wir verweilen in dieser Einsicht in unsere Meditation und integrieren es in unsere Handlung. Es gibt viele Wege, über die Sicht zu sprechen, aber eine einfache und praktische Art ist es, es gibt eine Sicht, die sich innerhalb des gewöhnlichen Geistes befindet und eine Sicht, die zum Bereich der Weisheit von Rekwa, jenseits vom konzeptuellen Geist gehört. Letztendlich dient die Sicht dazu, unser Verständnis der letztendlichen Natur zu bringen, dem Grund unseres Wesens. Aber auf der relativen Ebene während wir noch uns im Bereich des konzeptuellen Geistes befinden, müssen wir geschickt mit dem Geist arbeiten, um jenseits des Geistes zu gelangen. Wir haben jetzt den Grund grob beschrieben. Um auf dem Pfad aber jetzt die Verwirrung auszumerzen und zur Erkenntnis unserer wahren Natur zu gelangen, brauchen wir die Sicht. Sicht, Meditation und Handlung. Jetzt kommen wir als erstes zur Sicht. Es gibt zwei. Das heißt, aus der Ebene der Sicht beschreibt es ein Lehrer, so dass der, es gibt den konzeptuellen Geist und den erleuchteten Geist. Es geht letztendlich darum, jenseits unseres konzeptuellen Geistes zu reichen, um zum erleuchteten Geist zu gelangen. Das ist unser Endziel. Momentan jedoch ist die Realität, dass wir uns im dualistischen Geist auf die Bitteschlobe finden. Deshalb müssen wir geschickt mit dem gewöhnlichen Geist arbeiten, um jenseits des Geistes zu treten. Wir arbeiten geschickt mit dem Geist, um jenseits des Geistes zu gelangen. Und diese Methode nennen wir Meditation. In dem buddhistischen Pfad heißt diese bestimmte Methode Shamatha oder Shinya auf Tibetisch. Das ist die Meditation des ruhigen Verweilens, der Ruhe-Meditation oder des friedvollen Verweilens, die mit dem konzeptuellen Geist von Lo arbeitet. Ganz einfach gesagt, ist die Ursache aller Verwirrung ist die Abgelenktheit und Unachtsamkeit. Unachtsamkeit und Abgelenktheit. Was wir also tun müssen, was uns betrifft, ich sage immer zu meinen Schülern, wir sind überall, aber niemand ist zu Hause. Wir sind überall, aber niemand ist zu Hause. Wir suchen immer nach den Fußspuren im Wald, aber der Elefant ist zu Hause. Und wir suchen nach dem Elefanten. Es ist also, alle Philosophien so sind wie die sechs blinden Männer, die den Elefanten schreiben zu versuchen, es ist so, der Elefant ist so, es ist so. In der ganzen Sicht geht es darum, den ganzen Elefanten auf einmal zu sehen, dann lösen sich alle Philosophien auf. Es geht also letztendlich darum, den Geist heimzubringen. Das ist die wahre Meditation. Die erste Meditation ist die Grundsatz und die Meditation, da ja die Ursache aller Dinge Ablenkung und Unachtsamkeit ist, ist das Gegenmittel, also Achtsamkeit. Achtsamkeit. Wenn wir also jetzt sagen, Achtsam, es gibt natürlich viele, viele Methoden in der Meditation, eine einfache Methode jedoch ist ganz leicht und achtsam, seinen Atem zu beobachten. Wenn wir ausatmen, zu wissen, dass du ausatmest, wenn du einatmest, ein. Das betrifft alle Schulen des Buddhismus und wird auch im Yoga benutzt und deshalb biete ich hier etwas ganz Universelles an. Die Hauptdisziplin hier drin ist sehr einfach. Wir richten unseren Geist einfach auf unseren Atem aus. Du konzentrierst deinen Geist auf den Atem, aber es ist auch wichtig, nicht 100% sich auf den Atem zu konzentrieren, denn das würde den greifenden Geist nur noch den dualistischen Geist noch dicker machen. Deshalb wird von großen Meistern gerade nur 25% der Achtsamkeit auf den Atem zu richten. Nach kurzer Zeit merken wir aber, dass wenn wir begonnen haben zu meditieren, sind wir nach ein paar Minuten überall zerstreut. Vielleicht träumen wir, vielleicht spielen wir in der Weltmeisterschaft mit oder in der Cricket-Weltmeisterschaft oder werden ein Superstar im Film oder ein Führer der freien Welt oder werden erleuchtet, wenn ihr Traum spirituell ist. Also sind sie nicht beim Atmen, sondern sind überall zerstreut und das passiert ganz oft. Deshalb brauchen sie nochmal 25%, die sie mit ihrem Gewahrsein auf den Atem richten, die auch wirklich gewährleistet, ist, dass sie achtsam sein ist. Also 25% Achtsamkeit, 25% Gewahrsein. Achtsamkeit und Gewahrsein sind sehr, sehr wichtig. Beide sind sehr wichtig. Also 25% Achtsamkeit, 25% Gewahrsein. Was bleibt denn übrig? 50% Was machen wir damit? Wir verbleiben einfach weit offen. Ist das klar? Was ist dabei jetzt wichtig, es gesagt, wie wir in unserem gewöhnlichen Geisteszustand befinden, in der Täuschung, im konzeptuellen dualistischen Geist, deshalb müssen wir meditieren. Wir müssen Achtsamkeit üben, denn wenn wir nicht in unserem konzeptuellen Geist befinden, müssen wir gar nicht erst meditieren. Dann müssen wir nicht diese Methode der Meditation gebrauchen. Weil wir uns aber daran befinden, müssen wir das tun. Es geht darum, wie wir geschickt mit dem gewöhnlichen Geist arbeiten können, um jenseits des dualistischen Geistes zu gelangen. Also geht es darum, wenn wir den Atem betrachten, wenn wir achtsam sind mit dem Atem, geht es darum, einfach den wissenden Geist, diesen reinen wissenden Geist, diese reine Aufmerksamkeit zu nutzen. Diese reine Aufmerksamkeit. Ich habe ein Meditationsretreat mit einem christlichen Mönch, mit einem dominikanischen Mönch durchgeführt, der auch schon einige Retreats mit seiner Heiligkeit in Dalai Lama in Assisi gemacht hat. Wir haben einen in Dublin gemacht. Er hat Meditation gelehrt und ich habe diese Achtsamkeit, diese reine Aufmerksamkeit als göttliche Aufmerksamkeit benannt. Diese Achtsamkeit ist göttlich. Diese reine Aufmerksamkeit, dieses reine Wissen, wenn du ausatmest, zu wissen, dass du ausatmest. Wenn du einatmest, zu wissen, dass du einatmest. Es gibt kein anderes Konzept da drin, keine andere Analyse. Weder Jungsche noch Freudsche Analyse ist dabei. Kein Konzept, kein Hintergedanke, einfach nur Wissen. Nicht einmal deinen Kommentar gibt es da, ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus. Einfach nur zu wissen, wenn du einatmest, dass du das tust. Dieses reine Wissen, diese reine Aufmerksamkeit, diese reine Achtsamkeit, dieses reine Weit Offen, natürlich gibt es auch noch die Haltung und andere Dinge, aber dafür haben wir heute nicht die Zeit. Also einfach diese reine Achtsamkeit, reine Aufmerksamkeit und immer wenn wir abgelenkt werden, bringen wir unseren Geist zurück zum Atmen. Das ist die Disziplin, nicht zu sagen, wenn wir abgelenkt sind, wie bin ich bloß abgelenkt worden, wo bin ich abgelenkt worden. Wenn wir das untersuchen, das ist wieder Ablenkung. Dann rutschen wir in diese Geschichte hinein. Stattdessen, ganz einfach, wenn wir merken, dass wir abgelenkt sind, einfach die Ablenkung fallen lassen und zurückkommen zum Atmen. So können wir die Ablenkung in der Meditation nutzen. Das Abgelenktsein an sich kann uns erinnern, an unsere Achtsamkeit erinnern, so wie die Achtsamkeit selber auch wieder zur Ablenkung führen kann. Je mehr wir aufmerksam sind, reine Aufmerksamkeit haben, desto mehr wird der Geist sich im Geist setzen. Wie ein Glas trüben Wassers, wenn es ruhig steht, wird der Schmutz sich setzen. zu Beginn, wenn wir uns noch im konzeptuellen Geist, im dualistischen Geist befinden und auch wenn wir nicht fähig sind zu praktizieren, brauchen wir etwas am Anfang, worauf wir uns fokussieren können, wie den Atem als Objekt unserer Praxis. Wenn wir jetzt ein Objekt benutzen, wie den Atem zum Beispiel, den wir beobachten, und der Meditierende wird zum Subjekt, dann ist die Aktivität der Meditation befindet sich immer noch in der Dualität in Samsara. Aber langsam, ganz langsam reinigen wir das. Langsam, ganz langsam reinigen wir das. Nach einiger Zeit wird der Atmende der Atem und das Atmen zu einem. Nach einiger Zeit, der Praxis der Achtsamkeit, brauchen wir nicht mehr den Atem als Anker für unsere Meditation. Wir können einfach in diesem Zustand der Jetztheit, der reinen Jetztheit verweilen. Dann reinigen wir langsam den dualistischen Geist und kommen zum reinen Geist. Das habe ich jetzt essentiell ausgedrückt, aber die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Es ist überraschend, es ist nicht zu schwierig für uns, das zu transformieren oder diesen Geist zu überwinden. Wie der Dalai Lama oft sagt, ein großer tibetischer Lehrer des Geistestrainings hat einmal gesagt, dass eine der wunderbarsten Qualitäten des Geistes ist, dass er transformiert werden kann. Das Ziel der Meditation auf der höchsten Lebe ist, also den Geist vom Greifen zu befreien und den Wolken gleichen Gedanken und Emotionen sich aufzulösen, um die himmelsgleiche Natur des Geistes zu enthüllen. Zu Beginn jedoch, für diejenigen von uns, die sich immer noch im dualistischen Geist befinden, brauchen wir die Achtsamkeitsmeditation mit Objekt als Unterstützung. Wenn wir es erreicht haben, jedoch, dann ist die Essenz und die ganze Grundlage der Meditation der Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins. So wie man fragt, was ist die Natur des Geistes, so kann man auch fragen, was ist Meditation? Die Antwort lautet, Meditation ist der Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins. Nicht-Abgelenkt-Sein ist der Zustand der Meditation. Menschen denken oft, dass Meditation bedeutet, den Atem zu beobachten, Mantren zu sagen. Das ist nur die Methode der Meditation, ein Hilfsmittel. Die wahre Meditation ist aber der Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins. auf Tibetisch, die wahre Meditation, die wahre Essenz oder das Herz, die Grundlage der Meditation, heißt auf Tibetisch, Ma-Ying-Pa ist unabgelenkt, Ma-Gum-Pa, während wir nicht meditieren. Wenn wir zur letztendlichen Ebene gelangen, verbleiben wir im Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins, während es nichts gibt, worüber man meditieren könnte. Die Essenz und die ganze Grundlage der Meditation ist dieser Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins. Dieser unabgelenkte Geisteszustand ist der Schlüssel. Das einfache Wissen, einfach Gewahr, dieses reine Selbstkennen, diese göttliche Aufmerksamkeit, unabgelenkt zu verbleiben, während man nicht meditiert. Man könnte auch sagen, es gibt nichts zu meditieren und dennoch unabgelenkt. Wenn diese Praxis gehalten wird mit dem selbstlosen Geist von Bodhichitta, ich werde noch Bodhichitta erklären, wenn wir darin selbst nur für ein paar Momente verweilen können, hat es die Kraft, ein unglaubliche Menge negativen Karmas zu reinigen. Wenn dieser Zustand der Nicht-Arm Genenktheit gehalten wird mit der Motivation des Bodhichitta, Bodhichitta dembei gesagt, ist auch das Wort für Mitgefühl. Denn Bodhi ist die Erleuchtung oder die erleuchtete Essenz des Bodhichitta ist das Herz oder der Geist. Bodhichitta ist also das Herz des erleuchteten Geistes oder Herz der Erleuchtung oder Geist der Erleuchtung ist, was Bodhichitta ist. Und das ist letztendlich Mitgefühl auf der höchsten Ebene. Wenn wir über Bodhichitta sprechen, was ist Bodhichitta? Der große Buddha Maitreya sagte, Bodhichitta erwecken bedeutet, für das Wohle der anderen vollständige Erleuchtung erlangen zu wollen. Ganz einfach ausgedrückt, was ist Bodhichitta? So wie wir mit diesen Lehren erkennen, dass zwar alle Wesen Buddha-Natur haben, dass sie aber verblendet worden sind durch Ignoranz und Täuschung und deshalb Leiden, so ist unser Herzenswunsch, so wie auch wir wollen wir alle fühlenden Wesen befreit sehen von Ignoranz und Täuschung, die ja die Ursache des Leidens ist und wünschen uns so sehr, dass sie die letztendliche Glückseligkeit, nämlich Erleuchtung erlangen. Das ist Bodhichitta. Bodhichitta hat zwei Aspekte, nämlich Liebe und Mitgefühl. Was ist Mitgefühl? Wenn wir wünschen, dass jemand frei sein möge von Leid und den Ursachen das Leid. Das ist Mitgefühl. Liebe ist, wenn wir wünschen, dass jemand glücklich ist und die Ursachen von Glück hat. Das ist Liebe. Liebe auf der höchsten Ebene, Weisheitsliebe, ist, wenn wir uns wünschen, dass jemand die letztendliche Glückseligkeit, nämlich die Glückseligkeit der Erleuchtung hat, die ja frei ist von Ignoranz und von Täuschung, die ja die Ursache von Leiden ist. Das ist wenn wir wünschen, dass alle Wesen frei sein mögen von Leid und die letztendliche Glückseligkeit haben, die Erleuchtung ist. Dieser Wunsch, dieses Ziel, das ist das Ziel und diesem Ziel verpflichten wir uns. Bodhichitta hat nämlich nochmal zwei Aspekte, nämlich Ursache und Wirkung. Das Ziel ist, dass wir uns wünschen, dass alle Wesen frei sein mögen vom Leiden und dass sie die letztendliche Stufe der Erleuchtung nämlich letztendlich andauernde Glückseligkeit erlangen. Das ist das Ziel. Wenn wir uns dem verpflichten, dann nennen wir das das Bodhichitta des Strebens. Die Handlung ist, selbst wenn wir hier zum Beispiel diese Belehrung erhalten, werden wir meditieren, wenn wir zum Beispiel Großzügigkeit praktizieren, wir praktizieren Disziplin praktizieren, Geduld praktizieren, wenn wir Eifer praktizieren, das heißt, uns jetzt in heilsamen, gesunden Handlungen üben, wenn wir meditieren, auf Sanskut, das Wort dafür heißt Dhyana, auf Japanisch Zen, im Chinesisch Chan, auf Tibetisch Samten, das ist der Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins. Wenn wir Weisheit, Prajana praktizieren, was auch immer wir davon tun, widmen wir es, dass es als Ursache für die Erleuchtung aller Wesen dienen möge. Das wird zur Ursache. Im Wunsch steckt, dass sich dem Ziel verpflichten, die Handlung bezieht sich auf all das, was wir tun, selbst die einfachste Praxis, die wir tun, selbst wenn wir nur eine gute Tat tun, widmen wir das sofort und sagen, möge das zur Ursache dienen, dass alle Wesen vom Leid befreit werden mögen und letztendlich das Glück der Erleuchtung erlangen mögen. Wir widmen das immer alles und das wird zur Ursache. Und es ist nicht nur ein leeres Gebet, sondern wir unterstützen es dann durch die Handlung. Dadurch wird es außerordentlich kraftvoll. Wenn wir mit dieser Motivation meditieren, dann meditieren wir ja nicht nur für uns selbst, sondern wir praktizieren zum Wohle aller Wesen, für die Erleuchtung aller Wesen. Das ist das edle Ziel, der edle Wunsch im Bodhichitta. Die Bodhichitta des Strebens und Bodhichitta der Handlung. Im Streben geht es darum, sich dem Ziel zu verpflichten und in der Handlung geht es darum, wenn wir uns mit den sechs Parameters, also Handlungen befassen, wie zum Beispiel Großzügigkeit, Festdisziplin, all diesen Vervollkommnungspraktiken, die wir tun, zielen darauf ab, zur Ursache der Erleuchtung für alle Wesen zu dienen. Und wenn wir im Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins in dieser Meditation nur für eine Minute oder einen Augenblick verweilen können mit dieser Motivation, mit dem Herz des Bodhichitta, hat es die Kraft, es steht in den Lehren, es hat die Kraft und die Macht, Äonen von negativen Karma zu beseitigen. Ich dachte, Äonen ist vielleicht viel zu viel für sie, deshalb habe ich etwas verdünnt und einfach gesagt, es hat die Kraft, negatives Karma zu reinigen. Warum? Im Buddhismus ist ja alles begründet. Also warum? Wenn wir in dieser letztendlichen Natur im Zustand der Nicht-Abgelenkt-Seins in der Verweilen, wie wir darüber gesprochen haben, in der Meditation, wenn wir mit Achtsamkeit arbeiten, reinigen wir langsam die den dualistischen Geist. Da habe ich etwas schnell drüber gesprochen. Und dann gelangen wir zum Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins, zum letztendlichen Zustand der Meditation oder letztendlichen Aszent. Im Zustand der Nicht-Abgelenktheit kommt dieser Zustand der Natur des Geistes sehr nahe. Wenn wir im Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins verweilen, wo ruhen wir dann in diesem Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins? In der Natur des klaren Lichts. Im grundlegenden, in der wohnenden Natur des klaren Lichts. Wir kommen also der Wahrheit immer näher. Man könnte auch sagen, wir kommen Gott immer näher. Wir kommen der Wahrheit näher und näher, und umso kraftvoller wird es. Diejenigen von uns, die aber nicht einfach nur unabgelenkt verweilen können, für diejenigen gibt es verschiedenste Methoden der Meditation, die uns unterstützen können, wie sich auf ein Bild des Buddha oder auf ein Mantra zu konzentrieren. Bei einer Methode, die es in vielen Traditionen des Buddhismus gibt, ist sich auf den Atem ganz leicht und achtsam zu konzentrieren. Das habe ich schon gesagt. Es gibt auch noch eine andere Methode, wo man die fünf Sinne als Unterstützung für die Meditation benutzt. Die werden auch als fünf Sinnestüren bezeichnet. Warum? Weil sie die Hauptquelle oder die Türen für negative Emotionen, Gedanken, Leiden und Schmerzen sind. Es gibt also diese andere Meditation, wo man die fünf Sinnestüren benutzt. Es ist sehr nützlich, sehr praktisch. Wenn wir mit den Augen die verschiedensten Formen sehen, dann verursacht es alle möglichen störenden Emotionen, alle möglichen Gedanken und verursacht dadurch Leid. Wenn wir etwas Schönes sehen, wird Begierde erweckt. Wenn wir etwas Unattraktives oder Abstoßendes sehen, dann kann sogar Ärger entstehen. Wenn wir etwas sehen, das weder dies noch das ist, dann entsteht Gleichgültigkeit oder Irgendwann. Wenn wir aber die wahre Essenz, als Hauptpunkt der Meditation, können wir die fünf Sinne benutzen und sie in der Meditation transformieren. Wenn wir dann etwas sehen, wird es zur Meditation. Was wir hören, wird es zur Meditation. Ich sehe hier natürlich einfach nur einen Samen. Wenn man die wahre Essenz, die Hauptpunkte der Meditation kennt, dann können wir alle fünf Sinne benutzen und sie in der Meditation transformieren. Die Methode ist die gleiche für alle fünf Sinne. Bloß sehen, bloß erkennen, ohne zu denken, dass es gut, schlecht ist, wo kommt es her, was ist es. Indem wir einfach nur die Form reinsehen, den Klang reinhören. Wenn wir beginnen reinzusehen, reinzuhören, dann wird es reinigen. Das ist eine große Meditation. Wir haben nicht so viel Zeit heute, aber wir sehen einfach nur die Samen hier in Brisbane. Selbst der Schmerz und die Wut kann transformiert werden und kann als Unterstützung zur Meditation dienen. Zum Beispiel mitten in den Emotionen, wenn negative Emotionen wie Ärger auftauchen, stellt sie Schuld zu projizieren. und den Ärger nach außen auf jemanden oder auf etwas zu projizieren, was wir ja normalerweise tun, wenn wir unsere Aufmerksamkeit stattdessen nach innen wenden und direkt ins Gesicht der Emotionen selbst schauen, nicht als Objekt der Begehre oder des Ärgers, stattdessen aber uns auf die Essenz der Emotionen fokussieren, dann kann es in die letztendliche Natur hinein implodieren. und sich selbst reinigen. Denn was normalerweise ja geschieht, ist, dass wenn wir wütend sind, wenn wir Ärger haben, braucht es ein Objekt. Man kann ja keinen Film ohne Leinwand zeigen. Wenn Emotionen aufsteigen, Wut zum Beispiel, die Sicht der gegenseitigen Abhängigkeit ist auch sehr hilfreich. Das ist eine der Hauptbelehrungen des Dalai Lama. Er sagt immer, dass die Sicht der gegenseitigen Abhängigkeit nicht nur eine buddhiste Philosophie ist, es ist einfach sehr nützlich. Zum Beispiel, wenn wir wütend sind, wenn es Probleme gibt, dann beschuldigen wir immer irgendjemanden oder irgendetwas. Und das, was wir beschuldigen, wird dann zum Objekt unseres Ärgers, und dann können wir den Ärger noch weiter ausbauen. Und das passiert, wenn wir nicht analysieren. Wenn wir etwas als unabhängig betrachten, aber wenn wir wirklich hinschauen und nochmal zurückblicken, Um tiefer Blick, dann erkennen wir, dass diese bestimmte Person vielleicht nur eine kleine Rolle spielt als Ursache, dass es viele Ursachen und Bedingungen gibt. Vielleicht tragen wir selber auch dazu bei. Zum Beispiel in unseren Beziehungen, unsere Ehemänner und Frauen, unsere Geliebten, immer wenn wir sauer sind, kriegt es unsere Frau ab. Das nennen wir Liebe. Immer wenn wir frustriert sind, und wenn wir wirklich frustriert sind und Schmerzen haben, dann kriegt es immer der Nächste ab. Und das wird zum Objekt, obwohl das eigentlich nicht die Person ist, die es wirklich, weil wir selber frustriert sind, weil wir mit der Welt frustriert sind, mit diesen Dingen und anderen, dadurch wird es dann zur Ursache für Gewalt. Wenn wir es aber eigentlich genau anschauen, dann wird das, was wir da beschuldigen, das, worauf wir projizieren, nicht die wirkliche Ursache ist, sondern dass es viele Ursachen und Bedingungen gibt und dass wir selbst auch darin verwickelt sind, dann wird das Objekt, auf das wir bisher unseren Ärger projiziert haben, wird dann immer weniger. Und es gibt niemanden mehr, den wir beschuldigen können. Und das kann uns helfen, das zu erkennen, dass alles gegenseitig abhängig nicht voneinander ist. Was den Ärger betrifft, wenn wir also jetzt wütend werden, gibt es diesen einen Weg durch die analytische Meditation. Aber die Meditation, die ich hier mit Ihnen teile, ist, wenn der Ärger entsteht, statt den Ärger auf, jemand als Objekt des Ärgers zu projizieren, schauen wir direkt in die Emotionen an sich. Es ist erstaunlich, es ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber wenn Sie es hinkrieg, lösen, reinigen, Wenn wir unabgelenkt bleiben und direkt dem Begierde und dem Ärger in die Augen schauen, dann kann die Begierde Begierde befreien und Ärger kann Ärger befreien. Selbst sogenannte negative Emotionen, obwohl sie entstehen, sind sie ja noch nicht negativ. Warum? Weil das Greifen noch nicht da mit zugekommen ist und deshalb gibt es noch keinen karmischen Eindruck. Es gibt einfach nur reine Energie, ganz dynamische Kraft, und wenn Emotionen wie Ärger entstehen, sind sie bisher nur eine Energie. Auch wenn wir es als Ärger interpretieren, ist es bisher ja noch nicht negativ. Aber sobald wir daraus handeln, dann gibt es Schwierigkeiten. Und wenn wir wirklich verstehen, dass es nur Energie ist, dass diese Energie nennen wir Ärger, diese Energie nennen wir Begierde, wenn wir sie einfach freisetzen, nicht jemandem gegenüber, sondern sie einfach auflösen, dann kann es befreiend wirken, befreiend für unsere Emotionen. Manchmal gibt es viele emotionale Knoten, die verschlungen sind, und in der Meditationspraxis werden diese Knoten entknotet. Und an diesem Punkt ist es wichtig, manchmal, wenn wir praktizieren, steigen viele negative Emotionen auf. Wenn das geschieht, ist es sehr wichtig, jetzt nicht die Praxis zu beschuldigen, sondern es ist nur Reinigung, genauso wie wenn man sich wäscht, wenn man sich zum Beispiel für ein Jahrhundert nicht gewaschen hat. Und wir bekommen diese Seife, das nennen wir das Dharma, diese spirituelle Belehrung, wir duschen uns, und wir fangen an, uns zu reinigen. Und wenn wir uns waschen, kommt noch mehr Schmutz raus, noch mehr Blasen entstehen, und am Anfang denken wir wirklich, dass wir auf den Arm genommen worden sind. Eigentlich sollten wir uns noch reinigen, aber es kommt noch mehr Schmutz raus, und wir kriegen einen Schreck und wollen den Pfad aufgeben. Wenn wir jetzt Glück genug haben, wirklich eine gute Person zu treffen, einen aufrichtigen, guten Praktizierenden, der das auch schon durchgemacht hat, der hört dir zu, mit viel Mitgefühl und Verständnis, ohne das zu verurteilen, und sagt, mach dir doch einfach keine Sorgen, ich bin da auch schon durch. Dann sagt er oder sie dir, weißt du, du wirst doch eigentlich nur gereinigt, der Schmutz kommt raus, du wirst gereinigt, und dann kannst du sagen, ah, der Schmutz kommt raus. Das ist ja eine gute Botschaft. Dann kannst du dich freuen. So wie wenn ich geschmutzige Socken wasche, wenn der Schmutz nicht rauskommt, bin ich nicht befriedigt. Wenn du schmutzige Dinge wäschst, muss doch der Schmutz rauskommen. Und wenn du etwas reinigst, muss ja irgendwas rauskommen. Also entstehen all diese Dinge und werden gereinigt. Das ist die Reinigung. Wenn man das so versteht, dass es eine Reinigung ist, dann wird es noch weiter reinigen. Wenn wir es jedoch nicht erkennen und daran festhältst und denken, dass es, dann bleiben wir noch weiter auf dem Pfad stecken. Indem wir also so mit den negativen Emotionen arbeiten, können sie zum Brennmaterial für Weisheit werden, zum Rohmaterial für die Erleuchtung, und in ihrer reinen Natur sind sie tatsächlich Weisheit. Emotionen sind in ihrer reinen Natur Weisheit. Wenn wir also unabgelenkt bleiben, das ist die Essenz der Meditation, setzen sich alle unsere gewöhnlichen Gedanken und Emotionen reinigen sich, lösen sich auf und wir erreichen im klaren Sehen von Vipassana, der grundlegenden Natur des klaren Lichtes, die ja das reine Erkennen sind. Und wenn wir unabgelenkt bleiben, dann erkennen wir dieses unglaubliche Licht des klaren Erkennens. Durch diese Praxis des ruhigen Verweilens in der Meditation, das ist jetzt also der Nutzen, durch diese Praxis des ruhigen Verweilens und in der Meditation, setzt sich unser ruheloser, denkender Geist in ein Zustand von tiefem inneren Frieden, das sich bekämpfen und die zersplittersten Aspekte, es gibt ja diesen Krieg in uns ständig. Manchmal ist es mit der Sprache nicht so einfach, da muss ich das erklären, vereinfachen. Diese Aspekte, die sich bekriegen, können sich setzen und freuen sich an. Wir können uns mit uns selbst versöhnen. Meditation ist auch, sich mit uns selbst anzufreuen. Negativität und Aggression werden entwaffnet. Das ist unglaublich. Negativität und Aggression werden zerstreut. Frustration, Spannung und turbulente Emotionen werden aufgelöst. Die Herzlosigkeit und der Schaden, das Schaden in uns wird beseitigt und zeigen unser innewohndes gutes Herz auf. Deshalb ist Meditation die wahre Form der inneren Entwaffnung. Nächstenliebe beginnt zu Hause. Aus diesem Zustand des ruhigen Verweilens entsteht auch eine klare sich ausdehende, Klarheit oder Einsicht des klaren Sehens, wie wir Passanern nennen, wo die Dualität sich auflöst, das Ego schwindet und die Verwirrung sich in Dampf auflöst. Wie wir uns selbst sehen, verändert sich und wir geben den Emotionen Raum und können von ihnen lernen und uns von ihren Schwankungen befreien. Von ihrem Zug, von ihrem Einfluss. Je mehr wir reinigen und mit unserer wahren Natur uns in Verbindung setzen, desto mehr Wertschätzung, Liebe, Mitgefühl, Hingabe und Glaube wird ganz natürlich aus diesem entstehen und negative Emotionen werden ganz natürlich sich auflösen. Wir beginnen zu erkennen, dass die Kontinuität diese Offenheit mit dieser Erkennung Qualität des Geistes, mit dieser Erkennung der Natur, diese grundlegenden Guthheit, wenn dieses Klarsehen schrittweise sich vertieft, hilft es uns, eine Erfahrung zu machen der innewohnenden Natur der Realität, die wir auch die Natur des Geistes nennen. Wenn die wirkenleichen Gedanken und Emotionen verblassen, wird der himmelsgleiche Natur des Geistes enthüllt und er strahlt aus der Buddha-Natur wie die Sonne. So wie beides Licht und Wärme aus der Sonne ausstrahlen, so strahlen Weisheit und Liebnis mit Gefühl aus der innewohnsten Natur des Geistes. Dann hat sich das Greifen an einem falschen Selbst oder an einem Ego aufgelöst und wir ruhen einfach so weit wir nur können in der Natur des Geistes, diesen natürlichsten aller Zuständen, der ohne jeden Bezugspunkt oder Konzept ist, ohne Hoffnung und Furcht, aber ausgestattet mit einer stillen, aufsteigenden Zuversicht. Das ist die tiefste Form des Wohlfühlens, die wir uns nur vorstellen können. Einer meiner Meister Dujun Rinpoche sagt in seinem Gedicht, die große Verblendung, die Dunkelheit des Herzens gereinigt haben, erhebt sich das strahlende Licht der unverdeckten Sonne unablässig. Wenn wir uns nicht in unseren Gedanken und Emotionen verstricken, sondern stattdessen unseren Geist frei, ungezwungen, natürlichen Zustand lassen, dann wird der Geist immer kraftvoller und findet seine eigene Stärke und Freiheit. Physisch kriegen wir mehr Wohlbefinden, der Geist wird weiter und mutiger und negative Emotionen werden einfach befriedet. Im traditionelleren buddhistischen Kontext könnte man sagen, könnte man den Nutzen so beschreiben, wenn der Geist in Frieden ist und ungezwungen, gibt es drei Arten von Nutzen, äußere, innere und innerste. Auf der innersten Ebene, wenn unser Geist frei und ungezwungen ist, dann werden solche negativen Emotionen wie Anhaftung, Ablehnung, Ignoranz, Stolz, Eifersucht, starke Hoffnung, Furcht, Panik, Unsicherheit, Angst, werden alle befriedet und der Geist wird stärker, weiter offen und kraftvoller. Auf der inneren Ebene, da der Geist sich ja auf der innersten Ebene verändert hat, werden auch die Zellen in ihrem Körper transformiert. Forschung hat gezeigt, dass wenn wir in einem guten Geisteszustand uns befinden, lächeln sogar die Zellen und halten ein Glas Champagner und sagen Prost. Wenn wir in einem negativen Geisteszustand uns befinden, werden alle Zellen bösartig. Der Geist hat eine unglaubliche Verbindung zum Körper. Es gibt mehr und mehr Forschung, die das zeigt, die diese Macht des Geistes zeigt. Selbst die Zellen im Körper werden transformiert. Der Körper wird frei von Krankheit und wir erfahren physisches Wohlbefinden, die Blutzirkulation, die Atmung funktionieren so wie sie sollten, Bluthochdruck, Herzprobleme und andere Zustände lösen sich auch auf. Auf der äußeren Ebene werden Feinde und Unglück, die uns sonst schaden, werden befriedet und Konflikte lösen sich auf. Wir werden harmonisch mit allen und selbst der Feind wird sie mögen und alle werden sich mit ihnen gut verstehen. nur wenn wir uns in unserer wahren Natur befinden, wenn wir nicht mit unseren Gedanken und Emotionen verwickelt sind, sehen wir klar über unsere Verwirrung hinaus. Wir erkennen, dass unsere Gedanken und Emotionen nicht wirklich wir sind, sie sind nur unsere Geschichten, unsere Reflektionen, unsere Schatten, unsere Imitationen, unsere Selbst, aber sie sind nicht wirklich wir. Aus dieser Erkenntnis eröffnet sich ein Raum und ein Humor zwischen uns und unseren Gedanken und Emotionen. Gedanken und Emotionen entstehen immer noch, aber sie sind nicht mehr so intensiv, sie werden uns nicht mehr so stark plagen, wie sie es einmal taten. Was erstaunlich ist, wenn man das wirklich erkennt, dann sind wir selbst mitten in der Verwirrung, frei von der Verwirrung. Wir erkennen alles als Spiel der Illusion, wie der große Meister Degokyan Sarimpachi sagt, wenn wir dieses Verständnis, diese Sicht erst einmal haben, obwohl die täuschenden Wahrnehmungen von Sansara immer noch im Geist entstehen, so wie vorher, werden wir doch wie der Himmel sein. Wenn der Regenbogen im Himmel erscheint, fühlt sich der Himmel nicht unbedingt geschmeichelt. Wenn die Wolken erscheinen, wird es ihn nicht unbedingt stören oder wird nicht enttäuscht sein. Es gibt einfach dieses tiefe Gefühl der Zufriedenheit. Und tief innen taucht ein Kichern auf und wir sehen die Fassade von Sansara Nirvana und es wird uns dauerhaft belustigen mit einem kleinen Lächeln, das unablässig weiter aufsteigt. Selbst wenn die Welt scheinbar auseinander fällt, entdecken wir doch etwas in uns, eine innere Zuflucht, die unveränderlich ist und niemals uns aufgibt, die uns niemals im Stich lässt. Keine Sorge, Kumpel. Wenn wir das auf der tiefsten Ebene erkannt haben, ist, es ist nicht nur die Buddha-Natur, sondern auch der aktive Aspekt unserer Buddha-Natur, der unser innerer Lehrer ist. Das ist der innere Lehrer. Mein Meister Yamin Kienzi schreibt, wird an Beginn unserer Verwirrung hat dieser innere Lehrer Ohne Unterlass, das ist ja dieser aktive Teil unserer Buddha-Natur, hat ohne Unterlass für uns gearbeitet, hat unermüdlich versucht, uns zur strahlenden Weite unseres wahren Seins zurückzuführen. Nicht eine Sekunde lang, sagt Yamin Kienzi, mein Meister, hat dieser innere Lehrer uns jemals aufgegeben. In seinem unendlichen Mitgefühl, das Eins ist mit dem grenzenlosen Mitgefühl aller Buddhasen und aller erleuchteten Wesen, hat er unaufhörlich für unsere Entwicklung gewirkt. Und zwar nicht nur in diesem, sondern schon in all unseren vergangenen Leben. Er hat dabei die verschiedenen angemessenen Mittel angewendet und alle möglichen Situationen genutzt, um uns aufzuwecken, zurück zur Wahrheit zu führen. Dieser innere Lehrer, der uns schon immer begleitet hat, manifestiert sich in der Form des äußeren Lehrers. Wer ist dieser äußere Lehrer? Nichts anderes als die Verkörperung, die Stimme und die Repräsentanz des inneren Lehrers, unseres inneren Lehrers. Sie sagen, wie ist der aktive Aspekt unserer Buddha-Natur ist der innere Lehrer. Was uns der äußere Lehrer, der Meister, zeigt, ist, dass er uns in unsere wahre Natur des Geistes einführt. Was der äußere Lehrer uns zeigt, ist die wahre Natur unseres Wesens. Auf der tiefsten und höchsten Lehre ist der Meister und der Schüler niemals voneinander getrennt. Selbst wenn der Meister stirbt, ist er dennoch nicht getrennt von uns, sondern lebt in unserer innersten Natur des Geistes weiter. Wir mit das erkennen, erkennen wir auch, dass wir niemals von unserem Meister getrennt sein können. Was jetzt den Lehrer angeht, es gibt vier Lehrer. Auf Tibetisch heißen sie? Vier Lehrer. Das Erste? Das Tibetische langt euch vielleicht, aber einige finden das vielleicht interessant. Oh ja, sagen sie dann. Das macht das Ganze authentischer. Das Erste ist der individuelle Linienlehrer. Das Zweite ist der Lehrer, der das Wort der Buddhas ist. Das Dritte ist der symbolische Lehrer der Erfahrung. Und das Letzte ist der letztendliche Lehrer unseres eigenen Rekpa. Es ist so, als erstes der Lehrer, das Individuum, die menschliche Person, die die Lehren lehrt, das ist der Lehrer. Aber die Belehrungen an sich sind auch der Lehrer. Die Lehren an sich sind auch der Lehrer. Der Lehrer, der die Lehren lehrt. Wenn wir erst einmal die Lehren wirklich erkennen, dann werden alle unsere Erfahrungen zum Lehrer. Selbst der Wind, der im Baum, den Baum hin und her bewegt, wird zum Lehrer. Das nennen wir auch die Allumfassenheit des Lehrers. Alles wird zum Lehrer. Das Leben an sich ist ein großer Lehrer, aber oft erkennen wir das nicht. Erst einmal erkennen wir das durch die Hilfe des Lehrers und durch die Lehren erkennen wir die Allumfassenheit der Lehren. Der letztendliche Lehrer ist dann die eigene, wahre Natur des Geistes. Das sind die vier Lehrer. Und alle führen uns dahin und manifestieren da heraus. Wie mein Meister Dujo Rinpoche in seinem wunderbaren Gebet im Spontanen Lied der Realisation sagt, Da reines Gewahrsein des Jetzt der wahre Buddha ist, finden wir in Offenheit und Zufriedenheit den Meister, das heißt den Lehrer, in unserem Herz. Wenn wir erkennen, dass dieser unendliche Geist das Wesen aller Meister und Buddhas ist, dann gibt es keinen Grund für anhaftende, fordernde, klagende Gebete oder künstliche Beschwerden, indem wir uns einfach entspannen, in diesem unverfälschten, offenen und natürlichen Zustand, erlangen wir den Segen absichtsloser Selbstbefreiung. Ich kenne das zum Beispiel mit meinen Meistern. Viele meiner Meister sind schon verstorben. Obwohl sie verstorben sind, leben sie dennoch weiter. Wo? In mir. Wenn ich ihre Belehrungen bearbeite, wenn ich praktiziere, sind sie niemals von mir getrennt. Besonders wenn ich meditiere und ein bisschen in die Natur meines Geistes eintrete, finde ich dort ihre Präsenz untrennbar von der letztendlichen Natur meines Geistes. Das heißt, dass sie letztendlich nie von mir getrennt sind. Sie sind nie von meiner wahren Natur getrennt. Der große Meister Padmasambhava hat selbst gesagt, der Geist an sich ist Padmasambhava. Es gibt keine Meditation oder Praxis außerhalb dessen. Wenn wir also unsere wahre Natur erkennen, dann leben wir gemäß unserer wahren Natur. Dann werden wir transparent, so wie seine Heiligkeit der Dalai Lama. Und selbst wenn unser Leben dann auf der äußeren Ebene komplex erscheint, haben wir doch diese innere Freiheit, diese natürliche Einfachheit, diesen natürlichen großen Frieden entdeckt. Innen, tief innen drin sind wir einfach, obwohl es äußerlich kompliziert erscheint. Ich habe darüber diese sorgefreie Würde gesprochen. Selbst wenn die Welt komplex erscheint, haben wir doch innerlich diese Einfachheit. Unsere wahre Natur ist der größte Vereinfacher, dieses größte Behaglichmacher, dieser größte Befreier. Wenn wir also dieses mehr und mehr Kennenlernung täglich stabilisieren, dann fühlen wir uns in unserer eigenen Haut wohl. Wenn wir uns mit uns selbst wohlfühlen, wenn wir mit uns selbst in Verbindung stehen, fühlen wir uns auch mit anderen wohl. Wo immer wir dann sind, können wir uns anpassen und fühlen uns wohl. Wir können alles, was wir wollen, verwirklichen und sogar noch mehr. Wir haben mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstachtung, mehr Selbstwert, mehr Stabilität, Sicherheit und werden unveränderlich wie der Himmel. Wenn die Wolken auftauchen und wieder verschwinden im Himmel oder wie der Fels, der keinen Schaden erleidet, sondern nur verwittert, während die Wellen gegen seinen Strand peitschen. Umstände werden zum Schmuck, die uns verschönern, wir werden glücklicher und glücklicher und sogar zufrieden. Es gibt eine berühmte Zen-Geschichte, wo ein Schüler, ein Zen-Meister fragt, Meister, wie kann man Erleuchtung wirklich in die Hanuk umsetzen? Wie kannst du das im täglichen Leben praktizieren? Der Meister sagte, während ich esse und schlafe. Der Schüler sagte, aber Meister, alle Menschen müssen schlafen und essen. Der Meister sagte, aber nicht jeder isst, wenn er isst, und nicht jeder schläft, wenn er schläft. Daher kommt dieser berühmte Zen-Ausspruch, wenn ich esse, esse ich, wenn ich schlafe, schlafe ich. Das heißt, reine Handlung. Rein. Auch der große tibetische Heilige und Yogi und Poet Milarepa, der so viele Millionen von Menschen inspiriert hat, er verbrachte viele Jahre in den einfachsten, bescheidsten Umständen in einem Retreat, trug ein Lennentuch und aß nur Brennissen, soweit sogar, dass er grün wurde. Er sagte in einem seiner berühmten Gedichte, ich bin ein König, es gibt keinen König so wie mich. Ich habe solchen Reichtum. Ich habe die sieben Attribute, die zur Erleuchtung führen. Ich habe den achtfachen edlen Pfad. Das ist mein Reichtum. Mein Schatzhaus ist mit diesem Reichtum gefüllt. Ich habe den Himmel über mir als mein Schloss. Ich habe den Grund unter mir als mein Landbesitz. Ich bin der glücklichste König der Welt. Es gibt diesen berühmten Ausspruch beim großen heiligen Nagarjuna, es gibt keine Zierde besser als die Tugend. Es gibt kein Unglück schlimmer als die Sorge. Es gibt keinen Schutz besser als die Geduld. Es gibt keinen Schatz, der besser ist als die Zufriedenheit. Es gibt keinen Freund so gut wie die Großzügigkeit. Wenn wir nur unseren Geist lassen und Hoffnung und Furcht loslassen und als unsere Geschichten sein lassen, bringt es so viel Erleichterung, Freiheit, so viel Freude und Glück. Deshalb war Melarepa so froh, weil sein Geist frei war. Zum Abschluss möchte ich nur sagen, genießt euch selbst, dieses reine Selbst. Dann werdet ihr glücklich sein, dann werden sie weiter und weiter sprudeln und sprudeln. Der Rest der Seite hier steht nur noch sprudeln. Das könnte sogar recht ansteckend werden. Wir müssen nicht mehr außerhalb unserer Selbst suchen. Niemand muss uns mehr irgendetwas geben, weil wir es alles in uns haben. Wir haben alle das Potenzial zur Erleuchtung in uns. Alles ist bereits in uns. Der Elefant ist wirklich zu Hause. Bitte gehen Sie nicht draußen im Falt nach seinen Fußspuren suchen. Mein Herzensgebet und tiefster Wunsch ist also, dass Sie das alle erkennen mögen und glücklich und frei von Leid sein mögen. Denn es ist möglich. Vielen Dank. Applaus Thank you. Applaus Applaus Applaus